Hallo Freunde des Fein-Whisky-Genusses, hier ist wieder Ansgar, euer Whisky-Wikinger und schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr seht schon einmal einen Aufbau auf meinem Schild, dass heute wieder ein Blind-Tasting ansteht. Und zwar das Blind-Tasting Nummer 2, was mir der Joschias zugeschickt hat vor Mild, Whisky und mehr. Ja, ich bin gespannt. Letztes Mal hat er mir ein Tulibadine zugeschickt gehabt aus dem First-Fill-Bürbon-Fass. Und wie gesagt, ich bin geguckt, bin gespannt, ich bin geguckt. Ich bin so ein bisschen, auch ein bisschen, ich komme gerade aus dem 24-Stunden-Dienst und ja, das merkt man mir vielleicht an. Ja, Tasting Nummer 2, hier ist der Lösungsumschlag, lege ich mal zur Seite. Ich finde ja die Zempel-Flaschen von den Joschias totschick. So, reicht erst mal. Mal gucken. Und letztes Mal musste ich mir auch nochmal nachschenken, um meine Lösungsidee zu verifizieren. Und jetzt mal gucken. Eigentlich wollte ich heute... Ach, das mache ich. Ich habe mir am Wochenende, gestern? Vorgestern. Vorgestern habe ich mir das Video angeguckt vom Whisky-Bappel. Whisky-Bappel. Wo er, ja, geht bei Ihnen ums Schütteln. So eine Theorie, dass wenn man den Whisky ordentlich schüttelt und sich Schaum und Blasen bilden, die nicht sofort zerfallen, dass der Alkoholgehalt stärker als 50 Volumenprozent ist. Gucken wir mal. Also nach der Theorie von Whisky-Bappel ist der Alkoholgehalt hier deutlich unter 50 Volumenprozent. Ich habe jetzt ein bisschen Whisky-Duft an der Hand. Nicht, dass ich da jetzt zu wenig drin habe. Das ist ein eigentümlicher Geruch, der mir aber irgendwie bekannt vorkommt. Also in der Nase habe ich jetzt nichts Stechendes. Also von der Nase her würde ich jetzt sagen, um die Theorie hier zu... Mensch, was ist das für ein Geruch? Um die Theorie von Normen von Whisky-Bappel zu bestätigen, von der Nase her würde ich sagen, Alkohol. Also unter 46 Volumenprozent. Aber mehr als 40, also ich denke mal so um die 43 Volumen. Fütter haben, mehr nicht. Und das, was ich hier in der Nase habe, was ich am besten will, das ist keine Frucht. Das ist Gemüse. Das ist Gemüse. Jetzt gewöhnt sich die Nase so ein bisschen an den Gemüse. Also ich habe noch nie... Habe ich schon mal Gemüse in der Nase gehabt? Nee. Jetzt wird ja so ein bisschen süßer, der Geruch. Na, so ein bisschen Vanille kommt jetzt. Null Rauch. Also wenn hier jetzt noch Rauch wäre, hätte ich gesagt, das ist ein schöner Erbseneintopf mit Rauchwurst oder Rauchfleisch, also Kassel oder sowas. Aber Rauch habe ich hier nicht. Ich habe hier bloß, ja, komischerweise Gemüse. Und eine Süße, die aber nicht von der Frucht kommt, sondern mehr von der Vanille. Dann gehe ich mal stark von aus. Dann wäre ein Bourbonfässer sein. Also kein Cherry, kein Port, kein Weinfinish oder sowas. Das ist ein reiner Bourbonfass-Whisky. Er wirkt nicht jung. Na, wenn ich jetzt so vergleiche mit den Toulibardien, den er mir in den ersten Sample zugeschickt hatte, der war noch richtig jung. Da hat er noch so ein bisschen, so eine leichte metallische Jugend. Auch schon in der Nase. Der hier nicht. Der wirkt deutlich ruhiger, gesetzter. Aber das ist ein ganz eigentümlicher Geruch. Also ich habe noch nie Gemüse gehabt. In der Nase. Und schon gar nicht Gemüse mit Vanille. Da fällt mir jetzt auch nichts ein, mit was ich das so vergleichen könnte. Gemüse-Pudding. Aber er habe ich nie gegessen. Also wenn, würde ich mir so Gemüse-Pudding so vorstellen. So ein Gemüse-Vanille-Pudding. Man hat sowas Pudding-haftes. Jetzt kommt dazu ein bisschen was Cremiges in der Nase. Sahne, ja, Sahne, ein bisschen Karamell vielleicht. Interessant. Also er ist nicht unangenehm in der Nase. Also eigentlich gefällt er mir ganz gut von der Nase her. Also es bleibt, ne? Also lange in der Nase. Also der Geruch verändert sich jetzt nicht. Ich muss die Uhr gucken. Wir haben schon ein paar Minuten im Glas, ne? Und er bleibt noch so. Okay. Ist auch nicht unruhig. Also ich denke 43 Volumenprozent hat er. Von der Farbe her ist er ein satter Goldton. Okay. In dem Sinne. Yoshi, auf dich. Milch, Whisky und mehr. Cremig. Voll im Mund. Jetzt im Abgang habe ich so eine leichte Schärfe auf der Zungspitze. Aber so eine Schärfe von der Eiche. Also ich denke, der wird acht, 16, 18, 20 hat er nicht. Aber der ist älter als 12. 16-jährige Whiskys. Also ich stärke davon aus, Joscha, dass du mir eine Originalabfüllung geschickt hast. Ich glaube, darum habe ich auch gebeten. Keine, keine, keine Unabhängigen. Da fallen mir jetzt kaum 16-jährige Whiskys ein. Eine Originalabfüllung. Flanmöhrie 16, der ist es aber nicht. Der hat einen Sherry-Einfluss. Der ist auch weicher. Er hat auch nicht diese Gemüsenote. für Lagerbulin 16 Standard, klar. Ist er auch nicht. Nee. Also vom Alter her kann ich nur raten. Also 20 auf keinen Fall. Aber jünger als 16 ist er auch nicht. 16, 18 Jahre, würde ich so tippen. Na, cremig. Leicht Schärfe. Das ist nicht wirklich bitter. Aber die Eiche, die ist spürbar. Die klopft so hinten, so am, ne? Im Zäpfchen klopft sie so leicht an und sagt, hey, ich bin da. Aber die Gemüsenote, die macht mich irre. Keine Ahnung. Also ein Inselwhisky ist es nicht. Eider schießt sie komplett aus. Kebletown auch nicht. Nee. Lowland Whisky ist es auch nicht. Ein Spacesider. Was für ein Spacesider hat eine Gemüsenote. Aber diese leichte, hinten diese leichte Schärfe, kommt mir bekannt vor. Ne. Au, 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 au. Was ist das? Ah. Da kommt so ein komisches, jetzt kommt ein unangenehmer Geruch. Aceton ist das nicht. Acetonhut, aber... Na, der hat er vorher nicht gehabt. Er verfliegt sie wieder. Hatte sowas ganz leicht im Grabel, da verfliegt jetzt relativ schnell. Hatte sowas ganz leichtes, äh, klebstoffhaftes. Und dann hab ich, ach Gott, einer meiner ersten Single Maltes, die ich getrunken hab. Falsch. Einer meiner ersten Single Maltes, die selber gekauft hat. Der Loch Lamont. Lamont? Loch Lamont. In der blauen Tube, ohne Altersangabe. Der hatte so einen ähnlichen, äh, äh, Geruch gehabt. Der hatte bloß eben halt, äh, diese, diese, diese Bitterkeit von der Eiche gehabt. Der hatte so eine starke Eichenlast. Und die hat dieser hier nicht. Der wirkt aber älter. Der Loch Lamont ohne Altersangabe, da in der blauen Tube, der war, der war jung, der war spritig, der hatte metallische Jugend gehabt. Der hatte diese bittere Eiche, aus diesen ausgelutschten, äh, Bourbonfässern, und, wo wirklich bloß noch Tannine abgegeben werden. Hat der hier nicht. Das Einzige, was mich dazu an den wirklich erinnert, das ist diese, anfängliche, diese, diese Klebstoffnote, die jetzt aber weg ist. Und der Lamont, der hatte, der hatte keine Gemüse. Nee, er hat noch nie Gemüse gehabt. Jo, in dem Sinne, keine Ahnung. Ja, ja, weiß nicht, was du mir geschickt hast. Wie gesagt, das, wo ich mich drauf festlegen, würde wollen, wäre, 16 bis 18 Jahre alt. Wahrscheinlich ein Spacesider. Bourbonfass-Reifung, ausschließlich Bourbonfass-Reifung. Ja. 43 Volumenprozent, 16 bis 18 Jahre alt, Bourbonfass. Und ein Spacesider. Mehr kann ich nicht sagen. So. Aber wie gesagt, interessant. Also die Gemüsenote, die hat was. Das ist ja nicht wahr. Ich weiß nicht, ob ihr es erkennt. Also ist er tatsächlich, ein Loch Lamont, 18 Jahre, 43 Volumenprozent. Ich denke, Loch Lamont ist ein Spacesider. 43 Volumenprozent, hatte ich gesagt, gehabt. Es steht nichts über, es steht nichts über, Fass-Auswahl. Aber nach der Legende hier von Whisky.de dürfte das ein reiner Bourbonfass-Whisky sein, so wie ich gesagt hatte. Ja, ich kenne die Abfüllung nicht. Joshua, 18 Jahre. Interessant. Wäre jetzt nicht so derjenige, den ich jeden Tag trinken würde. Definitiv nicht. Aber interessant. Und bei diesen 18-Jährigen, bei der alten Abfüllung mit 43 Volumenprozent, wieder ersetzt durch den 46-prozentigen, hatte ich schon überlegt, euch mir den aus Nostalgiegründen mal kauf. Mal gucken. 18 Jahre, was hat er gekostet hier? Was jetzt nicht wenn du es ausgedruckt hast. 42 Euro. Ach, Club-Rabatt. Jo. 42 Euro. Kann man machen. Für einen 18-Jährigen. Das ist was völlig anderes. Also tut mir leid. das ist kein typischer Space-Cider. Hier steht was von reichen Früchten, Birnen und so was alles. Habe ich nicht gehabt. Das, was ich wirklich hatte, war echt Gemüse. Interessant. Auf jeden Fall. Und schönen Dank, Joshua, fürs Zuschicken von diesem Sample. In dem Sinne, euer Ansgar.